im turbo modus geht das ratzfatz bestimmt schon 3 4 500 und immer noch kein freispiel gesehen wieder zwei jetzt kann das dritte mal machen kommen hier irgendwo rein 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 komm ich links rein komm jawohl man muss es nur mal sagen hier let's go da sind wir noch drin auf dem sechser einsatz und jetzt mal ein bisschen cash machen bisschen das gold aus der mine rausholen acht freispiele ist das normal oder ist das eine zufällige anzahl egal wir gucken uns an meine ersten freispiele in den slot ich bin gespannt was wird jetzt hier passieren erst das bin 30 euro feier multi pro gewinn geht der multi hoch oder was dann bitte mehr gewinne jawohl wieder ein gewinn oder sieht gut aus 300 euro schmeckt schmeckt und die lampen wenn er jetzt noch von den lampen haben wird er nicht machen ne schade der gewinn hat doch schon mal ganz gut geschmeckt und wir haben noch sechs pins weiter so der ist auch wieder gut noch mal 200 vierer multi das ist geil mit dem multi schön haben wir schon knapp 600 er die zahlen gut die freispiele weiter noch fünf spins haben gewinne 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 noch drei spins ach komm mach noch mal einen schönen jetzt muss ein kleiner bloß zehn euro aber multi jetzt auch mal fünf eins bin haben wir noch mit dem letzten noch mal was ordentliches raushauen für mich und er macht noch eine eigenschaft jetzt macht nur gute symbole wie geil ist das denn dass das auch noch nicht freispiele geht kommen jetzt richtig dicken treffer ja komm weiter 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 nein er hat auf leider bloß die ersten drei walzen aber wieder 200 die geldsäcke würde jetzt immer vorne geldsäcke machen oder hier noch den typen rein auf der mittleren macht er nicht das ist ja mega dass du auch noch in den freispielen die eigenschaften bekommen kannst wisst ihr wie der eskalieren kann der kann dann richtig knallen ok die freispiele sind heftig wir müssen unbedingt weiter spielen gucken auf sechs euro trotzdem 760 jetzt klargemacht obwohl wir bloß einmal eine eigenschaft hatten also der slot ist top er ist top er kann ordentlich zahlen ich sag's euch hier kannst du ordentlich gold aus der mine rausholen zweimal die tausende und einmal die 2500er so lang langsam durchgelaufen weiter dran bleiben jetzt haben wir die chance hier mal die freispiele müssen sie hier oben reinfallen jawohl endlich endlich nach so vielen spins es wurde zeit so jetzt auf sechs euro und alle eigenschaften aktiv jetzt muss es doch hey jetzt muss es doch oder wenn nicht jetzt wann dann darauf haben wir jetzt so lange gespielt ey komm auf geht's rein in die goldmine wir kriegen direkt eine eigenschaft multi macht direkt mal 10 stellt euch mal vor der macht direkt mal 10 mal 10 mal 10 mal 10 oh mein gott oh mein gott was ist das für ein start mal 10 direkt oh mein gott so wir haben jetzt direkt so und multi jetzt muss er nur einmal klar jetzt nur noch eine andere eigenschaft rein macht jetzt noch eine andere eigenschaft jetzt machen wir jetzt machen wir zwei 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 oder beste symbole jetzt kann er jetzt kann jetzt richtig jetzt kann er richtig du kommen können gute symbole rein und dann eine gewinnlinie lampe 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 da bloß drei linien sind 300 euro schon mal kommen jetzt den typen hier rein das wurde richtig sein auf der zweiten malze richtig geknallt die 300 haben wie viele spins haben wir noch wir haben noch eine menge spins noch fünf spins auf geht's war noch mal eine eigenschaft für mich bitte mal noch mal eine eigenschaft ja und er ist gut 1700 ich wusste es der kann und der wird auch ich wusste es so damals schon mal 2000 wir haben noch drei spins bitte noch mal eine eigenschaft jetzt noch mal eine eigenschaft putz 3700 komm jetzt noch mal eine eigenschaft drei spins doch und man kann auch verlängern der kann auch verlängern verlängert das ding verlängert das ding und warte er kann immer noch chance mini chance ist da 14er multi schon mini chance das wäre es aber auch gewesen wenn der das ding verlängert kommen noch zwei spins eigenschaft schade keine letzte chance nein verlängern bitte macht eine verlängerung letzte chance bitte das wäre brutal gewesen okay 2000 euro was sagt er jetzt zu dem slot was sagt er jetzt zu dem slot ist geil oder geile maschine richtig geile maschine hätte der jetzt auch noch verlängert in den in den freispielen dann war aber dann wäre richtig apport gewesen glaube ich dann wäre eskalation pur gewesen bei 3000 gehe ich raus oh volle linie vom von der heilskette oh das sieht viel aus 1200 was was 1200 das gibt es nicht heute guckt euch diesen slot und guckt euch an was sagt er zahlen kann 1200 das gibt es doch nicht hier dafür kann man erstmal ne runde party machen Auha auf 1.200 auch da habe ich nicht gerechnet dass die linie hier so krass zahlt heftiges ding Heftiges Ding Hier genieße ich jetzt einfach die Show Hoffe, dass das Feuer gelöscht werden kann Rück mal ran hier zu euch, Freunde Ich komme mal ran auf den Meter Und let's go Gucken wir mal, ob die das schaffen Wir brauchen jetzt immer Dreimal die Alarmglocke Um eine Für eine Verlängerung Und dass die Symbole sich ein bisschen ändern Gut Eine fehlt nur noch Eine fehlt noch, komm Nächster Spin, wenn die dann drin ist, wäre ein perfekter Start Gut Guter Start, drei Spins, dreimal Klingel Perfekt Oh, ich muss mit dem mitrücken So, Freunde, wir sehen uns im nächsten Stock So, zwei extra Spins Und jetzt das Symbol Dieses T-Symbol Wenn das jetzt reinkommt, wird das zu Feuer Und das Feuer wird immer zu einem Zufälligen Premium-Symbol Okay, wir brauchen wieder Klingeln So, pass auf, jetzt das T Wird zu Feuer Bringt uns aber hier nicht so viel Ne, connected, nix Ich bin Feuerwehrmann Sam Wer mich noch nicht kennt, ich bin Feuerwehrmann Sam Weiß bin's jetzt ohne Klingel Jetzt kann langsam wieder eine kommen, bitte Klingel Kommt keine Mach den Feuerwehrmann rein Gut Beste Symbol Ja gut, da Pfff Zahlt noch nicht viel Jetzt mal wieder eine Klingel zur Abwechslung Ach komm Es waren jetzt drei Spins ohne Klingel Zeig uns deinen Schlauch Ja, das hättest du gerne, Engler Da sind wir hier auf der falschen Plattform Da müssen wir mal kurz drüber wechseln Da haben wir mal wieder eine Klingel Okay, wir brauchen noch zwei Wir haben noch vier Spins Vielleicht kommen wir noch mal in die nächste Ebene Gut, okay Er macht in einem Spin direkt zwei Sehr ehrenhaft Jetzt haben wir fünf Spins gebraucht Um die drei Klingeln zu bekommen Ja, ist noch akzeptabel So, Freunde Wir sehen uns wieder in der nächsten Etage Ich muss mit meinen Kameraden mit Wir müssen weiter Feuer löschen So, wieder zwei extra Spins Jetzt haben wir noch fünf Spins Wir brauchen wieder drei Klingeln Es liegen halt noch drei Stockwerke vor uns Es gibt noch viel zu tun Es gibt noch viel zu löschen Wir haben gerade mal erst 14 Euro gewonnen Komm jetzt Feuerwehrmann rein Dann hätten wir eine volle Linie Jawohl, gut Was zahlt eine volle Linie? 20er Wir wollen die Klingeln Oh, jetzt Feuerwehrmann wäre gut Jetzt hätten wir hier nämlich noch viel mehr Symbole Aber jetzt wird das nicht machen Zweimal hintereinander Doch, er macht's gut Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf Fünfmal volle Linie Hunderter schon mal Hunderter, gut Ne, sind sogar mehr volle Linien Sind sogar mehr, 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 mehr Okay, gut 160 waren acht volle Linien Acht volle Linien Ja, da freuen sich doch die Feuerwehrleute Die machen einen guten Job Wir haben noch drei Spins Wir brauchen aber noch drei Klingeln Das dürfen wir auch nicht vergessen Sonst brennt, äh, ja Der Rest des Hauses halt ab Das ist dann aber nicht meine Schuld gewesen Ich hab mein Bestes gegeben Okay, schade Er hat wieder Feuerwehrmann gemacht Der hat's irgendwie damit Zwei Spins noch Macht immer das beste Symbol Na, das war nix Und letzter Spin Schade Sind bloß bis ins zweite Stockwerk von fünf gekommen Also hätte noch viel weiter nach oben gehen können Aber naja, dann brennt halt der Rest des Hauses ab Ist mir auch egal Ich hab meine 200 Euro Ich bin glücklich Das waren gute Freispiele Das sind 100x Das können wir noch einmal abdancen So, 200, die nehmen wir mit Die schmecken Sind ja bloß 2 Euro Einsatz Aber den Slot, wer den ich kennt Auch gerne mal ausprobieren Das ist super witzig gemacht, finde ich Ist bald North mit bei den Freispielen dabei? Nein, den hab ich überhaupt nicht dabei Wir haben halt nur gute Freispiele eigentlich Wir haben halt nur gute Slots Das ist super witzig gemacht, finde ich